geht der noch nicht geht der erst ab level 70 und wenn er die was ist denn jetzt wieso kommt man denn kommt immer wieder in die stadt wenn ich das portal gehe ich auch schön das kann ich hier nicht tun solltet denn warte mal ich versuche mal über den wegpunkt ich gehe mal kurz zu einem wegpunkt dann mache ich mal ein stadtportal hier auf gucken ob man dann darin kommt immer noch nicht gut naja dann entweder beenden war oder wir machen ein paar kopfgelder ok schwierigkeitsgrad snorhof profi gut dann jetzt aber und sollte es so funktionieren ja gut und los ich hab mal den schrein hier genommen ein bisschen mehr schaden machen reduziert aber nur die abklingzeiten aber das ist auch gut ach so aber auch nicht verkehrt kleine motto hast du denn für ein problem endlich mehr gut hier muss ich jetzt bin ja alter gott voll den manns weib ja sogar der barbar angst das ist diese r1 special anstelle der uhr an oder versteckte ich ruhig ist was denn drauf warum Mann, der hat aber auch wieder ein paar Lebenspunkte. Wie viel Leben hat er denn hier eigentlich, sag mal? Ach so, deswegen sind die anderen so stark gewesen, weil er hier noch ist. Oh Junge, gepanzerte Diener, trifft es ja immer ganz gut. Oh, ich muss den Rüstungswert wahrscheinlich haben. Naja, auf jeden Fall. Oh der, endlich. Vollschwindig gedreht. Ah ja. Leider wird er nicht so viel. Nicht genug Wut. Oh. Scheiße. Scheiße. Sieh mal, diese scheiß Frost. Bomben. Oh, weg. Ah, zieht die mich da einfach renne, ey. Noch nicht bereit. Ja, die nervt ja schon so ein bisschen, die Alte. So, dann streng mit Mistvieh. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Gar nicht nicht. Oh Gott. mit weib hier hinten warte guckst du gerade noch oder dann kriegsschrei alter wustung erhöht zwei minuten so schlecht heute was hat der denn immer für ein problem warum haben die denn so viele leben weiß nicht weil das alles jetzt diese fetten brocken hier sind auf jeden mal genau wie er hier die nerven hoch ganz schön jetzt noch 8 ich seh es schon kommen schön eingefroren danke komm ich denn hier nicht raus ernst hier sag mal und dann immer mit ihren scheiß kälte schaden weil man ja am anfang schon so hohe resistenzen hat da macht es natürlich spaß das werde ich nicht tun das werde ich nicht tun bitte auf jeden fall hier oben vielleicht noch eine kiste wir sind ja noch ein paar jünger aber da ist noch eine kiste wo war war eine sache drin echt ja geil und da oben sehe ich doch schon wieder ein champion kommen ich brauche mehr zeit mit den lilanen strahlen mit das ätzendste auf jeden fall immer ich brauche mehr zeit das ist noch zu kurz raus lebt immer noch naja endlich ja 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 Unmöglich, nicht genug Ruht. Hier gehts weiter. Okay, die hier gerade noch. Was denn das hier? Ein paar lila hier, wunderbar. Kommen wir. Oh, die hängt zum Glück. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Die Vorfahren sitzen ja heute. Ich werde stärker. Ich brauche ein Wut. Ich brauche ein Wut. Das werde ich nicht tun. Hier ist irgendwo ein Schatzgoblin. Schon gehört. Kannst du hier lachen von dem? Da ist er doch. Das kann ich nicht, oder? Da kommt der Lofi noch an meine Arme. Mann, jetzt ist der auch noch draußen geblieben. Ach ne, oder? Wo ist denn der jetzt wieder? Mann. Mann, doch. Und auf jeden Fall jetzt meine Fresse. Ich weiß nicht. Ist das eine Nutte? Ja. Krass. Oh, da oben kommt schon der nächste Champion hier. Oh, sehr gut. Verpiss dich, Junge. Was ist hier für eine Waffe? Schreinchen. Oh, nochmal die Blitze. Sehr gut. Blitze, sehr gut. Und hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Mann, Gegender. Wo sind die jetzt hier? Vulkathos lächelt auf die Erde. Nicht genug Wut. Scheiß Schamanen. Immer mit dem wiederbeleben. Irgendwie viel Tasse. Hier, komm her. Damals schon so bei Diablo 2. Ja, Mann. Die war schon nervig. Die immer mit ihrer scheiß Elektrizität damals angefangen haben. Das war immer so schwer. Boah, drei. Wie viele hat er denn hier eigentlich? Sag mal. Wie viel hat er denn hier eigentlich? Wie viel hat er denn hier eigentlich? Ich sag mal. Ich hab's auch nicht, was er schon wieder will. Drei Blitze schon auf den einschlagen lassen. Aber das interessiert ihn nicht. So. Jetzt kommt er gleich. Man hat eh ne Prozent. Nein. Oh ja, der ist hier mittendrin. Schön. Schon wieder der Bastard. Wieder derselbe wie vorhin schon. Ja, stimmt. Und ein paar lila nur noch. Na, ist ja schön. Oh ja. Unmöglich. Aber diesmal hab ich ne bessere Lebensgeneration. Jetzt kann er nicht mehr so viel machen. Na, jetzt sieht's da alt aus. Mann. Oh Mann, der ist eben so lange vereist. Was hab ich bei dem Erdbeben drinne? Dass die alle vereist werden. Ein bisschen mit Erdbeben. Hm. Auch jeder von den R1 Angriffen. Ah ja. Okay. Dann hast du das da. Ja. Also dieser Special Angriff. Genau. Das sieht doppelt so groß werden. Ja. Alles klar. Das ist ja schon. Okay. Gut. Juhu. Juhu. Ah. Was cooles gefunden hier. Gut. Gehen wir. Oh, jawoll. Einen Ring. Einen Ring. Mhm. Uh. Zwei Sockel sogar. Gleich mal was drin sockeln. Ein paar rote hier. Ah. Ah. Stärkere. Ah. Und der letzte. Zack. B Fuck. Oh . Vielen Dank.